Weiße Weihnacht Weiße Weihnacht Sein ganzes Leben lang schon hatte Ethan von Weißer Weihnacht geträumt, mit dicken weißen Schneeflocken, Schlittenfahrten und Schneeballschlachten und einem Schneemann im Vorgarten, so wie man es in den amerikanischen Filmen immer sah. Leider lag ihre Farm in einer Gegend, in der Schnee praktisch ausgeschlossen war, und seine Eltern hatten in den 13 Jahren seines Lebens nie genug Geld gehabt, um an Weihnachten mal irgendwo Urlaub zu machen, wo garantiert Schnee lag. Ethan machte seinen Eltern keinen Vorwurf deswegen. Es ist, wie es ist, da hilft kein Jammern, wie sein Dad immer sagte. Recht hatte er ja, aber schade war es trotzdem. Umso schöner war es, dass sie letztendlich doch einmal Weiße Weihnacht feiern konnten. Die Geschenke würden dieses Jahr zwar deutlich spärlicher ausfallen als früher und sich wahrscheinlich auf eher praktische Dinge, wie dicke Socken und warme Pullover beschränken, aber das machte dem Jungen nichts aus. Allein schon zu sehen, wie die bunten Lichter des Weihnachtsbaumes auf der Schneedecke wieder schimmerten und diese zum Glitzern brachten, waren ihm Entschädigung genug. Natürlich war es nicht genau wie in den amerikanischen Filmen. Zum Beispiel hatten sie keinen Schlitten. Wozu auch in dieser Gegend? Und wer hätte noch vor einem halben Jahr mit so einem Weihnachtswetter rechnen können? Aber sein Dad hatte Ethan erlaubt, einen der Ersatzschläuche für die Hinterräder des alten Traktors zum Rodeln zu benutzen, und der Hügel auf der Südweide hatte sich als idealer Rodelhang erwiesen. Sein Vater hatte ihn quasi gewaltsam wieder ins Haus holen müssen, sonst wäre ihm wahrscheinlich die Nase abgefroren. Doch selbst Mom hatte nur halbherzig geschimpft, als er mit blauen Lippen und eiskalten Füßen wieder vor ihr gestanden hatte. Heute war Ethan drin geblieben und hatte sich damit begnügt, den Schneeflocken vor dem Fenster beim Niederwirbeln zuzusehen. Wobei sich begnügen nach mehr Verzicht klang, als er tatsächlich empfand. Auf ihn übte der Tanz der eisigen Kristalle eine ähnliche Faszination aus wie die Brandung des Meeres oder das Lodern eines Lagerfeuers. Seine Mutter musste ihn sogar zweimal zum Essen rufen, so schwer fiel es dem Knaben, sich von dem ungewohnten Spektakel loszureißen. Und nachdem er sein Mal eher beiläufig in sich hineingeschoben hatte, war er sofort wieder zu einem der großen Wohnzimmerfenster gestürmt und hatte seine Augen erneut der auf so zauberhafte Weise veränderten Außenwelt zugewandt. Als er den Blick an dem vom Haus abgewandten Zaun der westlichen Pferdekoppel entlangschweifen ließ, fiel dem Jungen ein kleiner Schneehaufen auf, der tags zuvor mit Sicherheit noch nicht da gewesen war. Ethan überlegte. Er kannte die westliche Koppel in- und auswendig und wusste, dass an dieser Stelle kein Busch oder sonst etwas stand, das die Erhebung im Schnee hätte verursachen können. Hat Mom oder Dad vielleicht damit begonnen, heimlich einen Schneemann für ihn zu bauen, während er beim Rodeln gewesen war? Oder hatten die beiden dort vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für ihn versteckt, dem der nächtliche Frost nichts ausmachte? »Mom, ich bin mal eben draußen«, erklärte Ethan seiner Mutter kurz angebunden, als er begann, seine inzwischen wieder trockenen Stiefel anzuziehen. »Aber mach nicht wieder so lange«, mahnte ihn diese. »Du bist dieses Wetter nicht gewöhnt, und ich habe keine Lust übers Fest einen Kranken zu pflegen.« Er nickte lächelnd. »Versprochen, ich bin in fünf Minuten wieder da.« »Spätestens in zehn«, erwiderte seine Mutter und fuhr fort, das Geschirr vom Mittagessen zu spülen. Eine warme Woge der Zuneigung durchströmte den Jugendlichen. Die Arbeit auf der Farm war hart, und er hatte schon früh seinen Beitrag dazu leisten müssen. Aber zum Ausgleich gewährten ihm seine Eltern auch Freiheiten, von denen Stadtkinder nur träumen konnten. Drei Minuten später erreichte Ethan den an der höchsten Stelle nicht ganz einen halben Meter hohen Schneehaufen am Zaun der Koppel. Eines hatte er schon aus einigem Abstand erkannt. Es war definitiv keine Schneeverwehung. Irgendetwas lag dort unter dem Schnee, und es sah nicht künstlich aus. Von der höchsten Stelle lief der Schnee in drei deutlich erkennbaren Strukturen aus. Die längste und breiteste endete in einer vage, dreieckigen, etwa handbreit über den Schnee ragenden Form. Eine weitere, deutlich schmalere, knickte an einer Stelle plötzlich einen scharfen Winkel ab, um sich nach einer guten Unterarmlänge unter der Schneedecke zu verlieren. Die dritte erstreckte sich parallel zum Zaun und erinnerte Ethan an einen kurzen, kräftigen Ast, oder Tentakel. Der Junge trat an den Haufen heran, ging in die Hocke und streckte den Arm aus, um das Gebilde zu untersuchen. Kurz bevor seine Fingerspitzen den Schnee berührten, zögerte er, als einen Moment lang das Bild eines aus dem Schnee hervorschnellenden Monsters an seinem inneren Auge vorbeizog. Dann stieß Ethan seine Hand entschlossen in den Schnee und hielt unwillkürlich den Atem an, als er dichtes, kräftiges Fell ertastete. Er schnaubte verärgert über seine Ängstlichkeit und begann, mit raschen, kräftigen Bewegungen den Schnee vom Körper des toten Wallaby zu schieben. Fast war ihm nach Heulen zumute, als ihm klar wurde, dass es wahrscheinlich das letzte Beuteltier war, das er je zu Gesicht bekommen würde. Doch dieses Gefühl wehrte nur einen Augenblick, bevor es wieder grimmiger Entschlossenheit Platz machte. Ethan zog geräuschvoll den Rotz hoch und spuckte ihn in den Schnee. Es ist, wie es ist, da hilft kein Jammern, sagte er trotzig in die Kälte hinein und stapfte zurück zum Haus. Ob er den Stoizismus nun von seinem Vater ererbt oder erlernt hatte, oder ob es sich nur um eine natürliche, notwendige Anpassung an die harschen Lebensbedingungen hier im australischen Outback handelte, wusste er nicht, und es war ihm auch egal. Wenn die Meteorologen und Vulkanologen recht behielten und nicht doch noch ein Wunder geschah, würden sie den nächsten Winter ohnehin nicht überleben. Sie würden alle genauso enden wie das erfrorene Känguru. Und wenn schon, er würde sich die erste weiße Weihnacht und wohl auch letzte Weihnacht seines Lebens nicht dadurch vermiesen lassen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017